No! Tötet ihr sie, Gary! Ich werde sterben, ich werde sterben! Dankeschön! Hilft ihr, Gary! Jo! Und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK! Hallöchen! Leute, wir müssen euch kurz mal was zeigen. Ähm, passt auf, warte mal. Schaut euch mal meine Energie an. Ja, ich bin full life. Gary, schlag mich mal. Ja! Okay, das reicht schon. Einen Schlag hat sie mir abgegeben. Ich bin gleich tot. So, jetzt kann ich aber nicht laufen. Deswegen, nimm mal kurz mal eine Waffe und, äh, hau mal Tupac. Hau ihn mal ganz kurz. Haia! Okay, bei ihm funktioniert es nicht. Aber es gibt 1400 fast ab. Glaube ich jetzt nicht. Deswegen bin ich fast, äh, One-Hit. So, ich hab jetzt diesmal vorgesorgt. Ich hab jetzt so 100 noch was Regeneration Potion. Die brauchen wir, denn wir kämpfen diesmal mit, ja, Indy ist... Gary, da hinten wird schon wieder was angegriffen. Schon wieder, ja. Leute. Bestimmt wieder ein Dilo. Kann sein. Tatsächlich. Das ist so belastend hier. Überall kommen die ganze Zeit Dinos von überall her und greifen uns an. So, ihr kennt ja noch unseren, äh, Prime-Giga. Der ist... Die Stärke brauchen wir nicht testen. Der gibt circa 35.000 ab. Deswegen, geh ich jetzt drauf. Gary, du musst jetzt, äh, warte mal. Können wir hier irgendwas gebrauchen, was hier wichtig ist? Okay, ich hab jetzt alles rausgeholt. Denn, wir haben ein Infernal. Ja, wir haben nur noch ein. Deswegen, wir können den Spielen und so weiter nicht machen. Denn die sind heftig teuer. Heftig teuer. So, deswegen, zack, zack, Sattel runter und zack. Gary, ich bin jetzt gespannt, wie hier ausschaut. Aber ich denke mal, da wird so aus... Da hinten wird schon wieder was angegriffen. Ich krieg die Krise. Bestimmt wieder ein Dilo, Dilo. Ja, aber warte, wir gehen gleich gemeinsam hin. Alles gut. Schau den Gigant an. Zeige deine wahre Schönheit. Ja. Gary, Twitch ist wieder geboren. Ja. Warte mal, bist du main? Den könnten wir eigentlich Twitch nennen. Leute, wer war nochmal Twitch? Wer hieß nochmal Twitch? Warte mal, der ist eigentlich viel zu dunkel für Twitch. Aber der sieht heftig gut aus. Ja, das auf jeden Fall. Ja, sein Invertal ist komplett weg. Aber ist nicht schlimm. Hast du den Sattel abgenommen? Hm, ja, hier habe ich ihn. So, damit gehen wir jetzt ganz kurz rum. Denn den müssen wir ja kurz... Deswegen seht ihr so schnell. Der war vorhin langsamer. Jetzt ist er viel, viel schneller. Ich kämpfe kurz hier und dann. Wir haben was Heftiges geplant. Was richtig Heftiges. Schaut euch mal mal Invertal an. Kommt euch das hier bekannt vor? Wartet. Äh, okay, so. Kommt euch das bekannt vor? Ja. Wir werden gleich fusionieren. Aber als allererstes, testen wir ihn. Okay, 19.000... 28.000? 28.000? Warte mal. Kann das sein, dass er stärker wird als ein Prime? Guck dir an, wie schnell er ist. Wie schnell ist er... Alter. Ja, er geht ab. Und das Geile ist, er kann springen. Ja, er kann es. Er kann es zwar nicht sehr hoch, aber er kann es. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann ihm jetzt vier Level geben. Und wir haben XP. Trank, trank, trank. So, jetzt ein paar... Gary. Pass auf. Ich kann sehr viel Level geben. 34 Level habe ich ihn jetzt da drauf gegeben. Ich hoffe, es hat auch funktioniert, weil manchmal geht er... 100.000! Yo! Alter! Okay, ich werde mit ihm gegen den Boss kämpfen. Oh, shit. Ja, ich habe meine Freundin gefunden. Was denn? Der ist ihm gerade gespawned hier. Was ist das? Das ist normal, oder? Feuer, Feuer. Oder? Ach ja! Gary, pass auf, komm mal mit. Gary hat... Okay, der war stark. So, komm mal mit. Ich habe vorhin was getötet. Da ist etwas gespawnt. Ich weiß nicht, was ich getötet habe. Aber pass auf, das müsst ihr sehen. So, halt dich fest. Irgendwo hier ist was... Da! Da ist es, ja, 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 ja. Da ist was Unsichtbares. So, und das wollen wir mitnehmen. Ja, es ist ein Door, ein Ravager, ein ganz spezieller... Mit den Minis. Da, da sind die Minis hier. Mit den Minis. Hier, aber nicht töten. Da. Der ruft Puppies her. Die können wir uns gleich anschauen, aber erstmal kurz alles Feindliche hier töten, Gary. Was denn? Da habe ich irgendwas... Eine volle Puppies greift mich an. Die Puppies greifen mich an. Gary, ich will die nicht töten. Wo ist der Papa davon? Ich weiß nicht, aber eine der Puppies greift mir auch hinterher. Ja, warte. Door... Door ist am Wasser. Door ist am Wasser. Deswegen können wir sie kurz töten. Okay. Er kippt gar nicht so viel ab. Wie hieß mein Giga eigentlich, Gary, nochmal? Äh... Sorania. Sorania? Ja. Passt nicht zu ihm. Okay, Leute. Ich brauche einen richtig geilen Namen für ihn. Ich weiß nicht, ob wir ihn Twitch nennen sollen, wie die Plattform Halter, wo ich halt immer drauf streame. Ja, Leute, wo ich immer drauf streame. Kommt am besten vorbei, damit ihr nichts verpasst, ne? Es kommt alles. Es kommt Apex, A... Fortnite, bitte, Community. Alles. Ist egal, was. Es kommt alles. Den hier. Door. Door ist jetzt... Okay. So, alles gut. Was denn? Er kommt. Ich sehe ihn. Er ist größer als sonst. Wie viel Topo kriegt er? Er hat Babys gerufen. Pass auf. Ja, habe ich gerade gesehen. Wie viel Topo? Warte. Gary, ruhig. Ah, sie könnte springen. Er hat nicht viel, er hat nicht viel. Er hat gerade nur 400.000. Das ist gar nichts bei ihm. Alter. Gary, du kannst ruhig mitspielen. Du kannst ruhig mitmachen. Ich brenne. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, du hast doch diesen Blutschaden. Ja, ich weiß. Ich brenne aber. So, wo ist er? Da ist er, da ist er. Hi, Papa. Hier, Gary. Er kommt nicht raus. Ich weiß, dass wir hochjumpen können. Ach, alles gut. So, wie viel Topo hat er denn jetzt? Gary, schieß auf. Schieß auf. Ach, hast du die, äh, ich hab, äh, Feine für dich reingetan in, in Dominus Rex. Hinterher. Oh, dich nicht. Er geht down, er geht down. Pass auf, die kleinen Pappys sind noch hinter dir her. Ja, ist doch scheißegal. Die tun mir doch nichts. Gary, äh, kommst du mit deinen, äh, Dino, bei Primantus und so weiter hier? Ja. Ich muss kurz zum Beispiel. Ja, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ich bin leider nicht so schnell wie du. Bitte. Oh, hi, Papi. No, tut sie, Gary. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Dankeschön. Hilf dir, Gary. Töte sie, töte sie. Töte sie. Töte sie. Okay, ist alles tot? Es ist tot, es lebt noch. Ich seh's nicht. Ja, Papi. Papi, komm, Papi, komm. Papi, komm. Komm her, du scheiß Westfie. Oh, pass auf, der eine von den Pappys kommt. Er lebt noch. Ja, ich bin fast tot. Aber ist egal. Ich kann ja, äh, denkst du, machen. Break Potion. So, Papi. Okay, er ist fast down, Gary. Er ist fast down. Er ist genau vor mir hier. Komm, Papi, geh down. Gary, er läuft weg. Oh Gott, die Babys kommen zu mir. Ach, Gary, keine Angst, keine Angst. Wo ist der Papa von denen? Okay, da hinten. Geradeaus, ein Schuss noch. Papi. Oh Gott, das warst du. Hier ist Papi. Ja, pass auf. Ich hab ihn. Ah. Gary, nicht hier angreifen. Nein, nein, nicht töten. Nicht töten. Nein, will ich doch nicht. Aber du bist weg. Oh, doch, du hast 80.000 gemacht. Aber nicht an ihm. Du weißt, er liegt bei einem Stein. Ja, ja. Los, töte, 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 töte. Ja, ja, Gary, hinter dir. Ich passe auf dich auf. Du darfst die Kinder nicht töten. So, töte die Schlange und, und, und. Irgendwas greift mich an. Hi, Dua. Okay, ist nicht der Dua. Oh, Raw Motten hab ich mit. Zack. Papi, komm mit. Schnell, die Schlange, Schlange, Schlange. Ja, töte sie. Pass auf, aber beim Stein ist Dings da, ne? Nicht töten. Guck mal, nein, das ist ja... Er ist noch nicht. Was ist down? Die ist down. Das war ich. So, Dua, komm mit. Essen. Ja, er ist. 1,6 hat er. 3,2. Nice. So, Gary, nicht mehr bewegen. Hol mein, hol mein, äh, Giga her. Und er ist fertig. Dua. Kleine, ruhig. So, gib mir mal ganz kurz den Satz. Hast du den schon gecraftet? Nee, ich hab gedacht, du machst den. Okay. Okay, Dua, Planänderung. Wir müssen dich leider in den Pokéball reinpacken. Aber Dua sieht ja übelst nice aus. Hast du das schon gesehen von da? Nee. Sieht richtig hübsch aus. Guckst du, guckst du dir den mal an? Da. Okay. Alter, sieht die heftig aus. Alter Schwede. Hammergeil. Ja. Also, das ist jetzt die schönste Ravager, den ich je gesehen habe. Hi. So, Kleine. Du kommst auf jeden Fall jetzt rein. Vampir. Und dann geht's an den Bossenrand. Wir kämpfen als erstes gegen den Giga, okay? Ja, 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 ja. Oh, jetzt muss ich das einzeln reintun. Hast du die Dino-Hart und so mit? Oh nein, die sind alle noch in Dodo drin. Ach no. Dann können wir gleich wieder zurückgehen. Aber ist egal. Wir rufen schon mal den, äh, ba-ba-ba-bam, Giga her. So. Ach, kannst du schon so herrufen? Ja, ja, ich hab aber das alles im Dodo gelassen. Wir müssen gleich nochmal zurück. Ich hab ein Prime Alpha Giganotosaurus-Sattel. No. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Gary, warte, ich bin noch nicht drauf. Ich bin noch nicht drauf. Ich falle dich, falle dich, falle dich, falle dich. Ich bin noch nicht drauf. Oh shit, oh shit, oh shit. Warte mal, der sah so aus? Der sah aus wie Darkstar? Okay, Gary, ich hab jetzt einen besseren Sattel drauf. Warte mal, hab ich vielleicht noch einen Sattel drauf? Nee, okay. So, pass auf. Ähm, Rack Potion, auf geht's. Eins, zwei, drei, los! Darkstar, wir kommen. Es ist zwar nicht der Darkstar, aber er sieht so aus. Oh scheiße, warte, ich geh von hinten drauf, ja? Oh scheiße, ja. Nice, easy, easy, schaffen wir aber easy. Nice, locker, 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 locker. Wie gesagt, wir haben genug Regeneration Potion. Das ist einfach. Das ist einfach, aber es sieht übelst nice aus. Warte mal, ich will mal kurz von vorne angucken. Ja, mach das. Ja, ich will ihn kurz sehen. Hä, der ist aber schwächer als ein Bigfoot. Alter, schaut ihn euch an, ey. Alter. Mama Mia. Du siehst aus wie ich... Hey, Gary. Er will dich, ey. Siehst du, dass wie er auf dich drauf springt? Ja, 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 ja. Eie, 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 eie. Seht ihr seine Federn? Und Leute, den spawnen wir uns auch noch her. Ja, den spawnen wir uns auch noch her. Den kann man ja auch ziehen. Ich muss das erste Mal jetzt in Rack Potion benutzen. Das erste Mal. Pass auf, Gary. Ich geh kurz nach Hause und hol die Dinger. Gary, ich komme. Ich gebe 119.000... Eie, hast du ja echt schon die Hälfte runtergemacht. Aha. So, warte, ich komme wieder. So, wie viel... Ah, 76.000, nice. So, jetzt geht es weiter. Nice. Ich habe alles mit. Oh, das sieht sehr eng aus für ihn. Das sieht sehr eng aus für ihn. Und... Nice! Haha. Schade, spawnet echt nichts. Schade. Alter, hast du gar keinen Buff auf dich? Nö. Okay. Wieso einen Buff? Einen Boss-Buff? Ich hatte gerade einen Boss-Buff die ganze Zeit. Deswegen habe ich uns das Leben verloren. Nö, ich hatte nichts... Er hat mich die ganze Zeit gar nicht erwischt. Ich stand hinten an ihm dran. So, wir haben jetzt hier die Seele von Giga bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt besiegen. Als nächstes ist der Rino dran. Kurz mal herrufen. Naja, ist gut, Gary. Geht gleich los, okay? Oh, hi, Rino! Das ist aber klein. Warte, 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 warte. Ich bin... Ich kann mich noch nicht unsicher machen. Okay, mach dich. Lord Rataxes. Jetzt. Los. Angriff. 87.000... 600! Ach stimmt, du hast hier die Attacke gemacht. Ja. Pass auf. Lass mich ja durchgehend angreifen, weil dann kannst du manchmal, wenn du kein... Ähm... Wie heißt das? Wenn du keinen Schaden kriegst, kannst du dich wieder unsichtbar machen. Deswegen stell dich hinter ihm hin. Ja, schön wär. Doch, hier geht doch. Los. Los. Einfach attackieren. Komm. Einfach attackieren. Du kriegst schon keinen Schaden ab. Alles gut. Nice. Alter, das schaffen wir jetzt. Ja, easy. Alter, ich hab zweimal 650 abgegeben. Zweimal? Zweimal, ja. Stimmt, sehe ich gerade. Wie ging das denn? Keine Ahnung. Ich glaube, das war ein Fehler. Versuch es gleich noch einmal. Wieder zweimal. Dreimal. Viermal. Viermal. Waaah. Du hast ja richtig OP. Noch einmal, noch einmal. Komm, komm, komm. Mach, 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 mach. Zweimal hab ich gemacht. Nur zweimal, schade. Okay. Verrecke. Rataxes. Ha, ich hab wieder eine weiße Bananen, äh, Karotte bekommen. Ja, alles klar. Geil. Okay, wir haben wieder eine Seele. Du hast auch wieder eine Seele, oder? Yo. Oh, Leute, ihr wisst ganz genau, was in der nächsten Folge passieren wird. Pass auf, ich zeig euch das jetzt mal ganz kurz. Denn wir rufen jetzt noch einen Boss her. Ey, Gary, kannst du dich kurz schon mal an Dino-Herzen kümmern? Töte kurz ein paar Dinos. Ja. So, pass auf. In der nächsten Folge, falls ihr es sehen möchtet, rufen wir Darkstar her. Also, schreibt es mal unten in den Kommentaren, falls ihr Darkstar sehen möchtet. Das ist, wir rufen einen her. Ja, wenn wir einen gezähmt haben, you get a mysterious element, which you can use to get a tamed at dark. Mysterious element? Ich, wir haben schon einen mis- Hä? Das muss ich gleich mal testen. Okay, ich hab Mysterious Element bekommen. Das können wir leider nicht machen. Scheiße. Und ich hab gedacht, wir haben's. Gary, mach dich bereit. Der Wi-Fi ist dran. Okay. Okay, ich kann mich noch, äh, zwei Level auf Meli geben. Ich glaub, das reicht eigentlich schon. Oh, jetzt geht's gleich los. Ich bin gespannt schon auf den Wi-Fi. Ich hab, ich hab ihn vergessen. Mal gucken, wie er ausschaut. Oh, hallo. Oh, hallo. Ähm, sieht er aus wie der Wasser... Er muss da weg. Okay, warte, ich greife ihn an. Du weißt, du machst die... Warte, komm her, kleiner. Komm her. 89.000 gib ich, ja? So, pass auf. Ich sag dir, ob ich Treffer abkriege von meinen, äh... Nee, ist bisher alles noch gut? Okay, der ist aber heftig. Okay, los. Er soll genau da drin bleiben, wo er ist. Er soll genau hier bleiben. Treff ich ihn? Ja. Okay, weil ich seh nichts. Okay, hübscher Drache. Du bist stark, du bist stark. Ja, ja, ja. Du bist viel stärker als der Rino. Problem ist, er macht halt ein bisschen Feuerscheid. Haben wir nicht den schon mal gegen ihn gekämpft? Ja, das war aber kein Immortal. Das war halt dieser, äh, nach den Zombie-Wifern. Oh, der hat aber wenig Energie, wa? Der hat echt wenig. Nice. Easy gekillt, Mann. Warte, er ist auf mich, er ist auf mich. Ja. So. Los, okay, so jetzt. So soll er bleiben. Genau so, perfekt. Zau-Wifern. Ich würde sagen, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Gary, kannst du die unsichtbare Attacke machen? Nein. Okay, dann müssen wir ihn so besiegen. Los. Jetzt kann ich. Ja, mach. Er ist instant tot an. Kann ich nicht. Okay, kein Problem. Er ist tot. Er ist tot. Okay. Wir haben jetzt alle Seelen. Alle. Wir haben zwar auch die Mammutseele. Ich weiß aber nicht, woher wir sie bekommen haben. Ähm. Aber. Wir könnten jetzt eigentlich, keine Ahnung, mal sehen. Die Anziehens, wir brauchen für jeden. Leute, ihr müsst euch das bildlich jetzt vorstellen. Also. Die müssen wir alle wieder besiegen. Damit wir ein Anziehend herrufen können. So. Dann in Evolution brauchen wir auch halt ein. Darkstar. Äh, Darkstar. Machen wir halt in der nächsten Folge. Ähm. Die Endbosse kommen wir auch noch dran. Davon brauchen wir zehn. Also müssen wir jeden. Oh Gott. Das ist echt belassen. Okay. Und die Habinger und so weiter haben wir jetzt noch. Okay. Ähm. Ja. Jetzt heißt es. Ab nach Hause. Ne. Wartet mal. Ihr habt ja gesagt. Den. Ähm. Ähm. Bionic Giger. Der hat eine zehnprozentige Chance. Also heißt es. Wir werden ihn jetzt auch nochmal machen. Aber gucken. Ob wir ihn wirklich schaffen. So. Wir werden ihn spawnen. Circa zwei, dreimal. Und dann war's das. Ja. Da ist er ja. Wie mehr Energie hat als sonst. Ist er tot? Er ist tot. Ach man. Wir haben echt kein Glück. Oh Gott. Heia. Heia. Hast du was abgegeben? Ja. 650. Jo. Warte. 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 Haben wir ihn nicht mehr? Och. Das ist doch ein Witz. So. Pass auf. Lass ihn gleich erstmal liegen, wenn er da ist. So. Lass. 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 Nicht anfassen. Nicht anfassen. Ja. Ach dann. Okay. Abbauen. Bau ihn ab. Wir haben echt kein Glück, du. Ey. Das kann nicht sein. Komm jetzt. Da. Gary. Er ist gespawnt. Yes. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Komm. Bring ihn weg. Bring ihn weg von den Altar. Er ist auf mich. Er gibt 10.000 ab. Ist egal. Pass auf. Komm mal hier weiter her. Du musst kurz tanken und ich erschieße ihn. Warte. Ich gehe hinten auf seinen Schwanz drauf. So. Du siehst, was er mit mir macht, ne? Ja. Er mag dich. Ich spiele Punching. Dann lass ihn ruhig. Lass ihn ruhig. Lass ihn einfach mit dir rumspielen. So. Bionic. Giga. Du gehörst gleich zur Familie. Ich hoffe, der wird genauso stark wie sein Vater sozusagen. Kriegt er Turpo? Ja. Er hat 22 Millionen und du hast erst 13.000 hochgemacht. Ich schieße aber gerade. Ich höre kurz irgendwas zum Zähmen, ja? Hallo. Hi. Willkommen. Willkommen. Hi, Giga. So. Du musst mich kurz sagen, wie viel kriegt er? Oder warte, ich kann ihn auch gucken. 87.000. Doch, das geht, das geht, das geht. Oh shit. Pass auf, wer ist auf dich? Das ist ein bisschen kacke, wenn er auf mich ist. Pass auf, du musst tanken, du musst irgendwie einsperren. Guck mal, kriegt er mehr durchbeißen oder kriegt er hier durchdings? Er müsste eigentlich durchbeißen mehr fliegen. Oh, warte. Und? Du musst callen, du musst callen. Ja, 700 noch was. Es gibt 100, es hat da 800 noch was. Okay, wie viel kriegt er so? 900, 111 hat er eine Million. So kriegt er mehr, ne? Durchbeißen? Ja. Überlebt er das auch? Ja, klar. Easy. Alles klar, da machen wir den kurz dauern. Level 290, ich hätte mir gewünscht, dass er mehr hat. Wie sieht das eigentlich aus? Ja, ich würde sagen, ein Ticken unfair, aber der Giga sieht übelst genial aus. Ja. Der sieht heftig hoch. Okay. Ja, gut, dass ich mich nicht zu lange umgeschaut habe. Der ist 15. 15 Millionen, fängt nur noch 7. Ha, geil. Wir haben gleich eine Bionic-Giga und er ist auch noch stark. Ich glaube, der wird heftig stark sein. Ich hoffe es. Boah, bitte, 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 bitte. Ja, so am besten wie sein Vater. Er hat da 17? Ja, er will appauen, er will appauen. Nee, 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 nee. Carry einsperren, los. Er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Er darf nicht ins Wasser. Nice. Oh, perfekt in der Falle. Okay, er müsste hier im Moment gleich down gehen. Du kommst in den jetzt vorbei. Yes. Perfekt. Geil, mein Kleiner. So, jetzt kriegst du. Ja, kack dich schön aus, kack dich schön aus. Du kriegst jetzt Raw Matten rein. Okay, super. Und zack. Ja, natürlich, ich denke an alles, Gary. Level 290, das enttäuscht mich nur ein bisschen. Hä, ist das jetzt gerade sein Scheiß-Ernst? Brauchst du das hier? Gary! Der ist diese Futuristic-Dinger. Ich habe gedacht, ich packe den einfach mal rein. Ach, diese Stinke-Dinger. Ja, diese, äh, warte, wie heißen die? Ja, diese Stinke-Dinger. Hi, poison smells terrible. Which Creature would want this? Warte mal. Können wir dann... Alles, die bestimmt mit Bionic zu tun haben, können wir... Ah, warte mal. Äh, ich habe keinen Giga mit. Ach, kacke. Okay, ab nach Hause, Kollege. Bionic Giga, hallo. So, Gary, ich würde sagen, den Bionic Giga testen wir in der nächsten Folge, denn der muss sich auf jeden Fall beweisen. Sein Vater oder seine Mutter, was es auch immer war, wissen wir jetzt ja nicht ganz genau. Ich habe es nicht beachtet. War sehr stark. Ob er am Ende auch so stark sein wird, sehen wir in der nächsten Folge. Das mit dem Max machen wir auch in der nächsten Folge. Das wird jetzt zu kurz. Hast du es auch gesehen? Ja, er ist. Sein Kopf war verkehrt herum in ihm drinnen. Nee, das habe ich nicht gesehen. So, und dann... Hüah! Doa! Äh, okay, sie ist hochgesprungen, jo. Hi, Kleine. Ui, 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 ich bin... Wollen wir kurz die Papis herrufen, damit wir was Süßes noch haben? Nice! Ah, sieht aber hässlich aus. Oh Gott. So, und hat er auch einen Sattel? Nice, brühen wir mit Restlich. Ui, 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 ui. Und Doa! Die ist geil. Sie ist geil. Restlich. Okay, das kennen wir ja. Okay, sie kann brüllen. Ja, die Papis! Ja! Du hast mich gebissen. Ich habe die nicht gebissen. Mach nochmal. Ja, warte. Oh, noch mehr Papis! Noch mehr Papis! Geil, noch mehr Babyhunde! Hallo! Ach, sind die süß! Schaut euch das mal an! Ein großer Doa und kleine Doa-Poppis. Ach, sind die süß! Das Geile ist halt, dass sie so besonders sind. Die sind ja nicht... Macht sie das auch? Was denn? Ne, macht der das? Keine Ahnung. Ich finde es übelst nice, dass sie so durchsichtig sind. Das ist halt mal wieder was ganz, ganz, ganz anderes. Ja. Na, Leute. Ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Und wie gesagt, falls ihr in der nächsten Folge Darkstar sehen möchtet und der Mech, wie er sich verwandelt in allen drei fusioniert oder vier. Keine Ahnung. Schreibt es in den Kommentaren, wie viele man dafür braucht. Na ja. Falls euch auf jeden Fall die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall Tommy und Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Da, da, da.